so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft ender games ich wurde kit jäger auf dieser map ist glaube ich nicht ganz so gut weil es hier nicht ganz so viele tiere gibt wieso ist das so verfickt kalt in meiner wohnung heizung ist angestellt muss ich halt nicht leben das bisschen kühler ist 2 1 zündung eisen gold apfel gut eisen gold apfel das best potion of swiftness ist schon ganz nett weil ich dann jetzt gerade mal hier ein bisschen speed verpassen kann komme ich nämlich an den beiden vorbei aber einfach mal alles was hier drin ist schön 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 aber kein level nicht so schön wo sind die bäume hin da rechts sind bäume muss ich da jetzt hin und geht er jetzt scheiß auf die scheiß auf die truhe ich brauche jetzt erstmal ein paar bäume wobei ich ja ein steinschwert habe hier ist nichts drin hier ist einfach mal nichts drin so ja ich würde gerne da oben hin ohne dass ich vom wasser weg geschwemmt werde das war nicht so schlau ich habe noch 15 sekunden das war auch nicht so schlau jetzt ich bin tot ich bin so tot ich bin so tot wieso werde ich direkt gefokust dreckigen bastarde hinter mir ist einer bitte kann nicht geblieben werden das wäre sehr nett 20 blöcke verfolgt er mich noch es scheint ja erscheint so das war knapp das hätte uns auge geben kann gerade ich habe genug holz um mir noch ein bisschen was zu kaufen und zwar ein gold herren gut das hätte richtig ins auge gehen können gerade also wow hier habe ich direkt gefokust da will ich viele spiele hier rum rennen tschüss gegner oh gott sei dank ich wurde getauscht hey gott sei dank so eben kurz ausrüsten was hier rum lag und dann gucken dann gehe ich da glaube ich mal rüber so ein spieler ist tot zweiter spieler ist tot und ich bin der abstauber komm ich habe leider keinen innerperlen na gut brauche ich auch nicht ich brauche dich auch nicht verfolgen ich habe doch deinen scheiß alle alter gut doch 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 ich bin einfach mal der der alles wegnimmt ich habe leider keine innerperlen gefunden naja ein davon hat mich getroffen jetzt spammt der feile wie ich sowas hasse ne dieses dreckiges feilen gespammt na komm oh jetzt brenne ich toll so da ist der weg äh schön nächster spieler ist weit weg aber er hat leider den anderen getötet glaube ich der mit mir getauscht wurde was mir für den leid tut ich habe genug gold um mir noch genug eisen um in der hose zu quaften das hat gerade auch so ein bisschen geleckt ne nicht schön also so lecken ist immer nicht schön warum ist ne truhe drauf ihr merkt das ja auch dass es gerade ein bisschen leckt bei mir aber what shall i do what should i do wieso habe ich eigentlich einen erdblock dabei und so viel holzschwerter gut ich habe einiges an ausrüstung ich habe aber keine schuhe keine guten aber ich habe einen Bogen oh alter wie gemein au wie gemein steht er da einfach auf dem Baum rum dieser dreckige Hund ah Enderperlen Gott sei Dank endlich mal ein paar Enderperlen ein Apfel wäre jetzt schön könnte ich mir einen Goldapfel machen alter wie viel Bäume hier sind und alles so wie war eine komische Map kenne ich so gar nicht oh oder ne habe ich noch nie gespielt glaube ich nicht glaube ich nicht dass ich die schon gespielt habe so 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 jetzt habe ich wieder einen Erdblock dabei ich brauche eigentlich ein bisschen Wasser ich habe kein oh ich habe doch noch ein Wasser einmal Gott sei Dank falls ich brenne das wäre nämlich nicht so schön so wo ist der Gegner Slashleiter er geht wieder weg wie komme ich denn hier runter ohne mir weh zu tun so 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 da kommt er schade das war so ein guter Plan und dann wieder nichts draus gut ich könnte mir ein paar Schuhe machen dann Dank des Spielers mit dem ich hier getauscht wurde und dann kann ich ja mal in die Richtung gehen ich hoffe mal hier macht keiner Team oh das Flashposen of Healing das ist geil das freut mich richtig so der Scheiß kann also weg den nehme ich auf jeden Fall noch mit oh okay ich dachte schon nicht weggetauscht worden das wäre ein bisschen ungünstig gerade irgendwie habe ich nämlich nicht das Gefühl dass ich viel gegen den Gegner ausrichten kann oh jetzt habe ich mich selber mit dem Pfeil getroffen ich Genie wo ist er wo ist er denn da ist er da sind sogar zwei und jetzt werde ich wieder an Arsch der Welt geportet ist das euer Ernst oh Gott oh cool die Stadt okay ich verschwende jetzt eine Enderperle ja ja ich weiß ich habe eine Enderperle verschwendet aber ich hatte keinen Bock den ganzen Weg zu schwimmen ähm nein den Bogen brauche ich nicht Eisenbogen auch nicht scheiß drauf so oh endlich wurde wieder einer getötet ey aber dieser Flashlighter der tötet einfach alles ich befürchte das ist ein entweder ein Känguru oder ein Techniker mit seiner hohen Agilität oder die sind im Team so oft wie ich jetzt schon geportet wurde da hätte ich eigentlich Teleporter sein müssen das wäre obwohl ich wurde noch nie in Kampf reingeportet also sind noch vier Spieler online ja online ja ne am Leben meine ich natürlich das ist ja schon jetzt wurde ich wieder geportet jedes Mal bin ich kurz bevor ich auf den Gegner treffe ne na endlich hallo Flashlighter ich werde dich jetzt einfach wegschießen ich bin Jäger Alter komm her bleib bei mir jetzt du schon wieder oh jetzt bin ich tot dann prügelt ihr beiden euch mal ich muss mal eben kurz ein bisschen sortieren habe ich irgendwas Schönes gekriegt nein schade ok aber dieser Flashlighter geht nicht auf diesen Elite-Heinene oh Gott jetzt habe ich keine Pfeile mehr ja ich gucke mal eben in die Truhe gucke ich mal ob hier Pfeile rumliegen ich sehe keine nur hoch von hinten ach Quatsch jetzt ist das auch noch ein Techniker wa jetzt kommt der Techniker auf mich zu oh ja schade ich wurde leider getauscht jetzt kann der Flashlighter den Kill klauen ich hätte den gekillt ohne Probleme ich habe leider keine Pfeile mehr ach ernsthaft hier ist doch überall Wasser der hat mir nicht mal Schaden gemacht der Kollege wollt ihr euch mal gegenseitig töten bitte ah ok jetzt fliegen beide vor mir wieso fliegen denn beide ihr seid doch asozial echt alle beide alle beide sind zusammen fliegen die ganze Zeit gut ich wurde getauscht wieder mal meine Güte das wird auf jeden Fall ein langer Kampf Herrgott noch eins ich könnte mir noch eben Schuhe machen ich habe sogar noch ups gut Gegner ist weit weg gut die Aschua habe ich ich habe leider keinen Apfel sonst würde ich mir einen Goldapfel machen scheiße oder ein Verzauberungstisch wäre auch cool da unten ist einer aber da sind doch die Gegner ne 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 oh hatte ich ein Glück alter hatte ich ein Glück das bisschen Gold das macht kein Problem alter hatte ich ein Glück alter hatte ich ein Glück und der wurde von dem sogar getötet what the fuck ist der gut ey reicht das ne ich brauche 8 Gold ne scheiße ich brauche 8 Gold ok ich weiß nicht wie der Flashlighter überhaupt hierher gekommen ist aber wie es aussieht gehe ich dann jetzt erstmal in die oh ich kriege einfach direkt einen Goldapfel wie geil ok gehen wir jetzt erstmal in die Richtung da irgendwie ohne zu sterben bitte meine Fresse was ist wie ist der denn hierher gekommen kann mir das mal jemand erzählen der muss ja schon durch so ein Teleportding gegangen sein oder nicht oh der hat sich ja nicht bewegt hier und der muss jetzt full dir sein oder zumindest sehr gut mit dir ausgerüstet sein das wird auf jeden Fall hart also sehr hart ich weiß auch nicht welche Klasse er ist ob er Känguru ist oder vielleicht sogar Teleporter das würde einiges erklären warum der alle so schnell tötet ich hätte keinen verzauberten Bogen aber ich habe keinen Verzauberungstisch im Blick pack das ist leider alles nur tun 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 ein paar Pfeile das ist schon mal gut ich hatte keine Pfeile mehr da hätte mir verzauberter Bogen auch gar nichts gebracht ein bisschen Dias toll bringt mir aber nichts Dias bringt mir gar nichts gerade ja Gegner ist da vorne ich gehe mal auf ihn zu vorne ist auch der Verzauberungstisch aber jetzt werde ich gleich geportet in dem Moment wenn ich verzaubern möchte yes 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 baby ja genau genau was soll das denn was soll der Schwachsinn denn ey als wenn du mich damit getötest vollidiot tolle Falle also wow ich bin sehr beeindruckt hm also von dem Spieler hatte ich eigentlich von dem Spieler hatte ich eigentlich mehr erwartet als so eine billige Falle das war wirklich billig hallo Gegner ok so treffe ich den nie im Leben oh sagte er und traf ihn oh jetzt habe ich mein Inventar geöffnet ich depp jetzt sehen wir jetzt ein Feuerzeug wieder tschüss gg ich schlage dir immer rück jetzt in die Lava und er sagt nicht mal gg er sagt nicht mal gg nope keine Hex mein Freund ich habe eine Aufnahme in alter vor allem ich habe wirklich gedacht dass er mich platt macht weil der hatte fast full dia und der hat einfach nichts gerissen der war richtig schlecht also der war wirklich schlecht dann danke ich euch fürs Zusehen bis zum nächsten Mal